Liebe Schwestern und Brüder, ja, Sie wissen, das ist durch Jahrzehnte der Anfang meines Grußes, wenn ich Sie sehe, in der Kirche zu Ihnen predige oder liturgisch eine Feier beginne. Und ich darf wohl das auch weiterhin so sagen, aber vor allem meine ich auch jene oder vor allem diese, die eben nicht an den Gottesdiensten heuer leider Gottes teilnehmen dürfen. Die möchte ich ganz besonders grüßen, aber die versuchen, mit dem Herzen da und dort dabei zu sein, vielleicht auch eine Übertragung zu sehen. Alle möchte ich herzlich grüßen und Ihnen Gottes Segen wünschen, auch in dieser für euch schweren und für uns auch schweren Zeit. Was glauben Sie, das fällt uns auch schwer, das tut dem Herzen weh, wenn man in eine leere Kirche jetzt hineingeht und ein paar Blumen aufstellt. Aber wir haben an Sie gedacht, Sie hätten vielleicht heute auch oder am Karfreitag diese Blumen gebracht und wären auch da gewesen oder zu einem anderen Tag. Jedenfalls darf ich Sie und Ihre Familien ganz herzlich begrüßen und im Namen meiner Mitbrüder, auch des Minoritenkonvents und aller Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Ihnen trotzdem, trotz der Troubles, die es gibt und der Ungewissheiten, unter denen wir alle stehen, darf ich Ihnen ein gesegnetes Osterfest wünschen, möge der Herr nicht von unserer Seite sein. Ich bin davon überzeugt und bete für Sie, so möge uns der allmächtige Gott und der auferstandene Herr segnen. Segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020